Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wollte ich fast schon sagen, ist es aber nicht. Heute ein ganz besonderes Format. Ich habe mir gedacht, ich habe mir mal einen Gast praktisch in die Sendung, den Oliver Zuman, auch bekannt als Trolls of Vienna, den ich jetzt mal begrüßen möchte. Hallo Oliver. Hallo Manuel, herzlichen Dank für die Einladung. Es sind ja so ein paar Sachen passiert. Ich habe mir auch ausnahmsweise mal ein paar Notizen gemacht, sonst ist es doch immer nur stehgreif bei mir. Aber ich hatte dich ja angeschrieben, weil ich einfach mir gedacht habe, Mensch, ich würde gerne wissen, was da jetzt eigentlich genau los ist. Und bevor wir da jetzt mit den aktuellsten Ereignissen, nämlich auch der Löschung deines YouTube-Kanals anfangen, habe ich mir gedacht, Oliver, vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Wie schon erwähnt, man kennt dich unter dem Namen Trolls of Vienna. Das ist ein gleichnamiger YouTube-Channel gewesen. Und eine Frage, die ich gleich als allererstes hätte, so wann hast du mit dem YouTube-Channel Trolls of Vienna angefangen? Und was war so der Startschuss? Vielleicht, was war das erste Video? Kannst du dich noch daran erinnern? Bestimmt, oder? Ja, also ganz bestimmt. Also Trolls of Vienna hat in dem Sinne schon vorher existiert. Da habe ich ein bisschen auf meinem Blog rumgeschrieben. Das hat nicht so viele Leute interessiert. Und es waren dann die Terroranschläge von Paris, die mich dazu veranlasst haben, mein erstes Video zu machen. Da habe ich damals noch in eine ramponierte Webcam auf halbwienerisch reingeschrien. Und das Video ist viral gegangen, weil ich da scheinbar ein paar Sachen, ich will jetzt nicht sagen herausgefunden habe, aber überprüft habe, die amerikanische YouTuber zuvor schon herausgefunden habe. Und ja, da hat mich dann nichts mehr auf dem Sessel gehalten, weil ich jeder Überzeugung war, dass eine Verarschung von gigantischem Ausmaß stattfindet. Und habe das dann irgendwie versucht, zu Papier zu bringen und habe gemerkt, dass mir hier einiges im Weg ist. Wie zum Beispiel, dass ich kein perfektes Hochdeutsch spreche oder gesprochen habe. Jetzt mittlerweile arbeite ich dran und es ist noch immer nicht sehr gut. Und gerade in Hangouts und Live-Sendungen verstotter ich mich hin und wieder. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, wie viele Leute ich erreichen kann mit diesem Video. Und dann habe ich mal gedacht, ich habe das gar nicht so richtig verarbeiten können. Und dann war im nächsten Jahr der Anschlag in Brüssel. Und war das dann schon Anfang 2017? Nee, das war Anfang 2016 dann. Ja, es war ja so, ich habe mein Paris-Video auf YouTube hochgeladen und bin gleich mit diesem Video samt Kanal gelöscht worden. Auf Vimeo ist immer dasselbe passiert. Und dann habe ich das Video mysteriöserweise, also über Facebook kann man schimpfen, was man möchte, aber ich brauche es eigentlich für meine Öffentlichkeitsarbeit. Und da hat man mir das Video bis heute umgelassen. Und da habe ich auch so einen Download, so einen öffentlichen Ordner am Internet. So etwas wie Dropbox, das heißt Mediafire. Und auch da habe ich das Video zur Verfügung gestellt und es hatte dann auch tausende Downloads. Und so ist das Video eben in Umlauf geblieben. Und nach Monatenkampf mit YouTube funktioniert es mittlerweile auch dort. Ich denke auch, dass das bei meinem Las Vegas-Video sein wird. Aber ich will jetzt nicht spoilern. Generell war es so, dass mich einfach der Betrug, der einfach so offensichtlich ist, dazu veranlasst hat, dass ich da einfach mal ein Video abfasse drüber. Und so ist das Ganze entstanden. Und im Endeffekt war aber deine Intention, dieses eine Video zu machen. Du hast damals nicht angefangen mit dem Plan, jetzt einen regelmäßigen Output zu haben und jetzt irgendwie der große investigative YouTuber zu werden, sondern im Endeffekt hast du ein Video gemacht und das hat dann anscheinend funktioniert. Oder wie war das? Hat sich das dann ergeben? Nein, also da muss ich noch weiter ausholen. Also ich habe generell nicht den Plan gehabt, YouTuber zu werden und habe das auch heute nicht vor, irgendwie ein großer YouTuber zu werden. Was bei mir eigentlich den Drang ausgelöst hat, Videos zu machen, war folgendes. Meine erste politische Handlung, und das war noch vor dieser Zeit, war meine Unterstützung für das Österreich-EU-Austritts-Volksbegehren. Dass praktisch die Bevölkerung in Österreich die Möglichkeit hat, über die Europäische Union abzustimmen. Und diese Angelegenheit wurde gnadenlos abgewürgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also dieses Volksbegehren wurde totgetreten, während der Mainstream auf der Ecke Schmiere stand im Hinterhof. Das hat mich schon geärgert und dann habe ich eben die ganzen Dinge begonnen mit anderen Augen zu sehen. Ich habe damals schon Leute verfolgt, die 9-11 kritisch analysiert haben und ich habe die Sache lange passiv mitverfolgt. Ich habe sehr viele Bücher gelesen und bei Paris ist mir dann eben der Kragen geplatzt, dadurch, dass ich eben selbst ein paar Sachen herausgefunden habe und dann von amerikanischen YouTubern ein paar Sachen gesehen habe. Und auf der anderen Seite habe ich wieder gesehen, wie sich mein Umfeld darauf verhält und wie schockiert die Leute sind. Und da hat das für mich einen geschlossenen Kreise gegeben. Da habe ich gemerkt, was man mit diesen Leuten machen möchte. Wir versuchen ja beide irgendwie die Leute zu animieren, die Verantwortung zu übernehmen, wieder in Freiheit zu leben. Und da darf man sich keineswegs einschüchtern lassen. Und da wollte ich dann einfach mal aufzeigen, dass das nicht so ist, wie es öffentlich dargestellt wird. Also ich bin ja auch niemand, der jetzt behauptet, ich kann beweisen, es war so und so bei dem Anschlag. Aber es wird uns viel untergejubelt, was eben gelogen ist. Und die Leute sollen das wissen, dass man sie mit Angst steuern möchte und dazu bringt, ihre Freiheit aufzugeben und wieder den Staat anzubeten und irgendwie um Hilfe zu bitten. Tatsächlich ist es so, dass wir so krass verarscht werden, dass ich gerade am rumstottern bin. Mir fehlen einfach die Worte. Ja, ich wollte schon sagen, so dann kam natürlich auch so ein bisschen das Zeitgeschehen oder auch einen Anschlag nach dem nächsten. Ich würde jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr zusammenbringen, was 2016 alles passiert ist. Ich weiß, da war dann noch dieser Amok-Schütze in München, da kann ich mich natürlich erinnern. Aber da hat natürlich das Ganze dann Fahrt aufgenommen. Und dann hast du ja dann auch eigentlich zu jedem Ereignis ja auch immer ein Video gemacht, mehr oder weniger, glaube ich. Da war schon auch eine gewisse regelmäßige Aktivität ja dann auch da. Weißt du ungefähr, wie viele Videos du dann so im Jahr 2016 gemacht hast? Waren das dann schon sehr viele? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe 2016 unter der Rubrik Summer of Chaos abgespeichert. Also München war der Anfang. Ich habe jetzt auch gerade wieder das Video zum Gotthard-Ritual hochgeladen. Zuvor war es so, dass Paris ein großer Anschlag war, Brüssel ein großer Anschlag war. Und dazwischen hatte man ein bisschen Atempause. Und ich sage mal, ab München, beziehungsweise auch schon früher, hat das Ganze dann eine Fahrt aufgenommen, vor allem auch im europäischen Raum. Weil es ist ja so, dass weltweit so viele Anschläge passieren, von denen wir gar nichts hören. Aber gerade im europäischen Raum hat das nun so eine rapide Entwicklung angenommen, dass ich den Sommer 2016 als den Umschwung sehe, der, keine Ahnung, den Terrorismus so omnipräsent gemacht hat, dass es fast niemanden gibt, der nicht damit befasst ist. Auch Leute, die selten Nachrichten sehen, beziehungsweise politisch desinteressiert sind und nicht das so mitverfolgen. Also ich sage mal, von den großen Anschlägen weiß jeder Bescheid. Und es hat auch einen bestimmten Grund, warum das so ist und warum das von allen großen Medien so an die Bevölkerung herangetragen wird. Ja klar, ich meine, erstmal passiert natürlich auch im europäischen Raum entsprechend viel, aber diese Omnipräsenz, die du ansprichst, so, ja, es ist natürlich alles voll damit. Ja, hat ja auch bis jetzt noch kein Ende gefunden. Jetzt parallel einfach auch vielleicht mal zu der Entwicklung von den Ereignissen hat ja auch dein YouTube-Kanal dann eine gewisse Entwicklung oder Fahrt aufgenommen, dass halt eben mit dem einen Video zu Paris, wo du gesagt hattest, dann gab es da noch so andere, sag ich mal, Eckpfeiler, wo du gemerkt hast, so, da sind Videos nochmal richtig durch die Decke gegangen, viral, weil man kann es ja jetzt nicht mehr sehen, aber deine Videos hatten ja nicht nur so 1.000, 2.000 Aufrufe, sondern das war ja schon fünfstellig, oder? Ja, kann man sagen. Also mein München-Video hatte zum Beispiel 623.000 Aufrufe, die vorher überwiegend negativ beurteilt waren, weil Leute mit diesem Video konfrontiert wurden, die zuvor nie etwas mit dieser Thematik zu tun gehabt haben und dachten, da kommt halt irgendwie in ihrer Spinner. Ein Jahr später, nach meiner Las Vegas-Arbeit auch, die dann die Löschung eines Kanals verursacht hat, wurde mein warmen München-Video mittlerweile schon positiv beurteilt, weil die Leute erst verstanden haben, was ich letztes Jahr gesagt habe. Und wenn jetzt Adrian Ursache zum Beispiel zurück ist, kommen die Leute nicht auf die Adrian Ursache-Videos, sondern zum Beispiel, wären zum Beispiel auf das Video von mir auf die Wirkung des Falls Ursache gekommen, was so um die 45.000 Aufrufe gehabt hat. Beziehungsweise mit München bin ich auch in die YouTube-Trends gegangen und das waren immer so Gründe, wieso ich immer wieder, also ja keine Ahnung, also ich habe Seiten Hiwe erlebt, seitdem ich das Ganze mache, weil es ist schon krass, wenn man bei so großen Themen anfangs komplett alleine mit einer konträren These auf dem Feld steht. Und ich denke auch, dass die Löschung meines Kanals daran liegt, dass die Leute, die jetzt nun rückblickend aufgrund der ganzen fragwürdigen Anschläge sich jetzt nochmal München ansehen wollen, kommen zuerst auf mein Video. Und die Leute, die was ich über Ursache kritisch was auf YouTube anschauen wollen, kommen zuerst auf mein Video. Das heißt, es bestand von unterschiedlichen Interessensgruppen wahrscheinlich ein massives Bedürfnis, dass man diesen Kanal aus dem Weg räumt. Ich habe nicht viele Videos gemacht, es waren vielleicht nur 40, aber ich habe mit diesen 14 Videos über 10.000 Abonnenten und an die zwei Millionen Aufrufe geschafft. Und das ist eben so, dass ich eher jemand bin, der sich zurückzieht, lange überlegt, wie er sich formuliert und was er zum Ausdruck bringt und oft nur die Spitze des Eisbergs dessen, was ich recherchiert habe, dann in die Videos packe. Und diese Gewissenhaftigkeit scheint gut angekommen zu sein. Und ja, da dürften gewisse Leute auch ein Problem damit entwickelt haben. Ich habe teilweise Videos hochgeladen, die waren fast eine dreiviertel Stunde und hatten nach zwei Minuten 30 Daumen runter. Aber mit sowas lernten umzugehen. Ja, ich meine, das ist natürlich klar, was du in der Öffentlichkeit stehst und auch Themen vielleicht sehr kontrovers, sogar für kontrovers Denkende ansprichst. Da entsteht natürlich viel Späne, könnte man sagen. Ja, hierzu sei auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erwähnt, wo YouTube eben mit 50 Millionen pro Video gedroht wird, welches unter diese Paragrafen fällt, welche da aufgesetzt wurden. Darum ist es auch so, dass wenn jetzt da Kanäle bzw. Videos gemeldet werden in einer gewissen Quantität, dass die YouTube bzw. sein Team gar nicht mehr dazukommt, diese Sachen einfach so in dieser Form zu überprüfen. Also da wird präventiv gelöscht. Und ich denke einmal, dass ich teils Opfer dessen war und dass da aber auch eine gezielte Absicht dahinter war. Ja, wir werden ja gleich nochmal auf das Las Vegas Videos auch eingehen. Ich hätte doch eine Frage, Oliver, du kannst ja auch überlegen, wie weit du darauf eingehen möchtest, aber mich würde auch einfach mal wirklich persönlich interessieren, so was macht das mit einer Menschen halt auch? Sebastian, dann machst du Videos, bekommst dann irgendwann mal Gegenwind, natürlich auch sowas wie Hater, wenn wir jetzt so in diesem Hip-Hop-Jargon wären, verstehst du so natürlich auch welche, die vielleicht neidisch sind auf die Reichweite oder auf deine Videos, dass du richtig gelegen bist oder auch nicht, wie auch immer. Kann man das so komplett von sich weisen? Kann man da so einfach arbeiten, vor dem Monitor, Stunden sitzen? Ich glaube nicht, also ich habe es noch nicht geschafft. Welche Spuren hat das bei dir so hinterlassen? Man muss nach außen einfach diese Härte zeigen, weil man ja auch nicht jammernd vorangehen möchte, aber sicher arbeitet es an einem. Das kann man von Mensch zu Mensch oder beziehungsweise an alle Leute einfach aussprechen. Und man muss halt auf sich achten. Und teilweise, umso mit mehr Herzblut man an seiner Arbeit ist, umso mehr vergisst man irgendwie auf sich selbst zu achten. Also zumindest neigen viele Menschen dieser Gefahr. Und ich will jetzt nicht anfangen irgendwie mit meinen persönlichen Bewegchen hier herum zu erzählen, aber man kann nur an jeden weitergeben, dass man einfach gegenarbeiten muss, weil der Bewegungsmangel einen zusetzt und man die Zeit und alles um sich herum vergessen kann, wenn man da zum Recherchieren anfängt, weil man plötzlich merkt, wie facettenreich alles ist. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man 16 oder 20 Stunden vor dem Rechner sitzt und welche Auswirkungen das auf den Körper hat, brauche ich glaube ich nicht näher erörtern. Also hier muss man echt schauen, dass man auch Sport betreibt, die Natur genießt und eben auch, ja keine Ahnung, seinen Körper das zurückgibt, was man von ihm erwartet. Ja, das sind schon harte Schichten, die man da einlegen kann. Ich denke, weißt du, für mich ist es auch nachvollziehbar, weil ich ja auch weiß, was so Videos schneiden bedeutet, aber wenn du jetzt halt irgendwie so ein 25 oder 20 Minuten Video da rausgehauen hast mit auf, keine Ahnung, wie viele Einzelbildern, die dann in einer Abfolge natürlich geschnitten werden müssen, plus dass da ein Text geschrieben wurde, der eingesprochen wird, hast du so eine ungefähre Hausnummer, wie viel Zeit du so einen Schnitt an dem Video auch gebracht hast oder verbracht hast? Tage, Wochen? Das kann ich nicht genau wiedergeben, weil das wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich habe schon Videos, bin in zwei, drei Tagen gemacht, gescriptet und geschnitten. Und dann habe ich teilweise, ja, eben Projekte, wo ich schon seit längerem, wo ich schon seit längerem versuchte abzuschließen, die sich eigentlich schon seit, also wenn man es so zurückrechnet, sind diese Projekte, die ich teilweise in fünf, sechs Wochen ausgearbeitet habe, also in meinem Kopf über Jahre entstanden, weil ich verfolge das Ganze ja wie gesagt passiv seit längerem mit und bin mir da ganz sicher, dass hier auf gewissen Ebenen ein Betrug vorherrscht. Die Frage ist eben nur, wie formuliert man das und wie fasst man das ab, um es eben begrifflich zu machen, um es sachlich zu belegen, um substanzielle Kritik zu äußern an den Dingen, die einen stören und gleichzeitig Lösungsansätze mit ins Fazit zu packen. Also ich versuche immer ein richtig gutes Paket zu schnüren. Ich bin halt eben kein Profi-Journalist und versuche halt, ja, keine Ahnung, mit meiner persönlichen kreativen Art einen roten Faden reinzubringen, den die Leute mittlerweile sehr mögen. Und ja, keine Ahnung, ich möchte mir das auf jeden Fall beibehalten, auch wenn ich jetzt halt einen Wandel angekündigt habe. Ja, lass uns da gleich in der Zeitschiene vorantreten, als, sag ich mal, so das Ereignis, wo du auch mir wieder einfach über den Äther natürlich aufgefallen oder was mir aufgefallen ist, war eben dein Las Vegas Video, was dann sehr schnell von YouTube auch verschwunden ist. Wie lange war das überhaupt auf YouTube, bevor es gesperrt war? Es wurde ziemlich schnell gelöscht. Also es war noch ein paar Stunden, glaube ich, auf tausend und was weiß ich was, viel Aufrufe und ausschließlich positive Bewertungen. Und dann wurde es sofort gelöscht. Und es ging mittlerweile so weit, dass man den Leuten verbietet, das Video aus meinem Online-Speicher hinunterzuladen. Ich habe sowas wie Dropbox, das heißt Mediafire und also das Durchsetzungsgesetz scheint auch dort zu greifen. Es ist den Leuten mittlerweile verboten, das Video direkt von meinem Online-Speicher runterzuladen. Und zum Glück gibt es extrem viele Leute, die das Video immer wieder hochladen. Es kommt dann so auf 1, 2, 3.000 Aufrufe. So wie der Niko Kaufmann von Mind Control, der hat es zum Beispiel gespiegelt. Es besteht eine Chance, dass es so vielleicht durchkommt. Und ich bin den Leuten wirklich sehr dankbar, die irgendwie mithelfen, das Video online zu halten, weil mir sind wirklich langsam schon die Hände gebunden. Und du hast es aber dann nicht nochmal neu hochgeladen, oder? Sondern eben... Oh doch, also... Ich meine bei YouTube selber, oder was hat dann, anders gefragt, was hat dann eigentlich zur Löschung deines Kanals geführt? Hast du das Las Vegas Video dann versucht nochmal hochzuladen bei dir selber? Ja, es war eben so, dass dieses Las Vegas Video gleich gestrikt wurde bei knapp unter 1.000 oder um die 1.500 Aufrufe. Oder ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man dieses Video dann gestrikt und mich wegen Hassrede und Verstoß gegen die Community-Richtlinie einmal verwarnt. Dann habe ich das Video nochmal angesehen und die schreiben mir nicht, du hast in der Minute einen Fehler gemacht oder das hättest du nicht sollen und habe... Ja, keine Ahnung, habe das versucht... Ja, ich habe es einfach auf Risiko nochmal hochgeladen und bin dann nochmal gestrikt worden. Und dann ist die Warnung auch gekommen, dass ich wegen desselben Vergehens zweimal auch passieren kann, dass mein Konto deaktiviert wird. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt habe ich zwei Strikes. Jetzt werde ich den dritten Strike verwenden, dass ich den Leuten sage, wo man meinen neuen Kanal findet bzw. was ich jetzt tun werde. Und es war auch so, dass ich aus dieser Zeit einfach schon gesundheitlich angeschlagen war und einfach gesagt habe, ich möchte jetzt mal abtreten und ich wollte den Leuten aber schon meine Videos zurücklassen, also dass sie mein Las Vegas Video haben auf unterschiedlichen Plattformen und vor allem die ganzen Videos, die ich auf YouTube geladen habe. Also ich kann eines sagen, ich habe in den letzten zwei Jahren in meiner Freizeit nichts anderes gemacht, als diese Videos zu erstellen. Und ich wollte den Leuten das einfach zurücklassen, weil ich auch felsenfest davon überzeugt war, dass diese Videos im Nachhinein erst wirklich verstanden werden. Es hat immer viele Leute gegeben, die mir vorgeworfen haben, ich bin irgendwie glückgeil und möchte mir irgendwie Geld verdienen. Deswegen habe ich auch nie Werbung eingeschalten, weil es ist ziemlich leicht nach einem Anschlag Scheiße zu reden und die Monetarisierung einzuschalten. Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt nur noch als Privatperson hobbymäßig weitermachen möchte und auch die ganzen Spendenkonten entfernt habe, weil ich eben, keine Ahnung, man muss wie beim Schachspielen vier Züge vorausdenken und es gibt eben Leute, die das jetzt ins Lächerliche ziehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier sollte, aber ich nenne es mal die Identitären, die 100.000 Euro im Meer versenkt haben oder so ähnlich. Also es fällt mittlerweile ein schlechtes Licht auf viele Leute, die sich ein Geschäft daraus machen, Halbwahrheiten und Geschichten zu verkaufen. Geschichten, damit die Leute sich noch mehr streiten, aber keineswegs zu Lösungsansätzen finden. Und da nehme ich lieber noch einen Job an, mache als Privatperson weiter, einfach als der Oliver Zuman. Und 12 of Vienna wird jetzt ein Bürgerprojekt. Wir haben ja schon drei Redakteure, beziehungsweise ich bin der vierte, weil hier wird auf Augenhöhe gearbeitet und ich halte jetzt auch Ausschau nach weiteren Redakteuren, dass das einfach eine richtig tolle Gruppe wird, die auf unterschiedlichen Themen recherchiert. Und ich bin dann halt auch nur ein kleiner Redakteur, der hier mitwirkt, ein Teil der Truppe. Ich freue mich, dass wir das gemeinsam aus dem Boden gestemmt haben, weil es ist jetzt nicht mein Verdienst, dass man die Zuseher und ich genauso wie meine Videos der innere Kerne ist. Das sind Leute, die schicken mir immer so gute Informationen. Einer kann das gar nicht recherchieren. Und ich mag die Leute, es muss irgendwie weitergehen, aber ich werde jetzt nicht mehr so als der Obertroll auftreten, sondern wir sind jetzt einfach ein Bündnis. Trolls of Vienna und jeder brauchbare Redakteur, der hier hin und wieder gute Artikel oder Videos absetzt oder so, ist da an Bord mit willkommen. Und ich mache jetzt auch hier einfach als Privatperson weiter. Und ich denke, dass das für unsere Glaubwürdigkeit im Endeffekt am besten ist. Weil, wie gesagt, immer schön vorausdenken. Ja, ich kann das nur begrüßen. Weißt du, ich hatte das auch schon mal in einem Video gesagt. Das ist natürlich generell, wenn du mit deinem Content dich irgendwie verpflichtest, weil du dafür Geld bekommst. Wenn ich jetzt einfach wöchentliche Videos mache und dafür halt auch wöchentliche Spenden kassiere, das ist natürlich auch ein enormer Druck, wenn man einfach sich im Spiegel anschauen will, den Leuten das halt auch immer wieder zurückzugeben. Irgendwann mal muss man aber vielleicht auch mal ein Video machen, was man so gar nicht gemacht hätte, nur um halt irgendwie damit die Kohle halt stimmt. Und ich glaube, dass dann der Antrieb sich einfach verfälscht. Was ich meine, so mache ich es, um Business zu machen? Oder mache ich es, weil ich eine Message habe, weil ich etwas rüberbringen will? Und dann kann ich dich da auf jeden Fall auch nur begrüßen und sagen, versuch das Finanzielle von dem zu trennen und versuch dann so viel Spielraum zu haben, dass du dann arbeiten kannst, wenn du halt auch die Kraft hast und nicht, wenn sie dich, die Arbeit halt nur Kraft kostet. Es ist auch so, dass, keine Ahnung, manche Alternativen mir langsam so vorkommen, wie ein Arzt, der ein Symptom konserviert. Weil du eben sagst, weil es eben ein laufendes Einkommen ist. Ich will jetzt da gar keinen Namen nennen, aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass da draußen ein Krieg tobt. Und dieser Krieg tobt um Deutungshoheit. Und diese Deutungshoheit, es geht um Glaubwürdigkeit. Und da muss man auch bereit sein, Opfer zu bringen. Ich brauche keine tausende Euro mit YouTube machen. Ich bin mit denen zufrieden, was ich habe. Mir geht es darum, dass ich meine Meinung ehrlich weitersagen kann und dass ich nicht in ein Licht gestellt werde, dass manche Leute gerade versuchen, auf uns zu implizieren. Es ist leider so, dass die Vertreter der kritischen Theorie bereits unter uns sind. Und bei denen gilt es nicht. Bei denen ist die Richtigkeit einer Aussage nicht davon abhängig, was deren Inhalt ist, sondern auf wem sie angewandt ist. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Und keine Ahnung. Ich denke, dass die wenig objektiven Leute da jetzt da ganz hellwach sein müssen, damit sie da nicht in dasselbe Boot geschmissen werden wie mit diesen Leuten. Ja, ich meine, dass da viel Geschäft gemacht wird. Ich meine, das ist mir eh klar. Verstehst du, ob das die sind, die einfach dann irgendwelche Heilsteine und irgendwelche physischen Bullshit anbieten, verstehst du? Und der die Heilung bringt, ob das, was weiß ich, die Zauberheiler sind. Aber das sind natürlich auch die, die irgendwelche Wahrheiten anbieten. Einfach nur, weil es sich halt cool anhört. Ich bin da auf jeden Fall auch raus. Ich mache mein Ding einfach, weil ich es machen will. Mir ist ja auch immer wurscht, was die anderen damit machen, auch wenn es keiner anschaut. Aber ich hatte auf jeden Fall einfach das Bedürfnis, ja, mal so ein bisschen hier auch die Möglichkeit zu geben, einfach auch mal, was da jetzt in der letzten Zeit passiert ist, vielleicht auch mal aufzuziehen. Das war richtig schön, danke. Noch eine Frage, weil natürlich, klar haben das natürlich viele mitbekommen. Ich bin mir sicher, du hast auch viel positiven Zuspruch bekommen, oder? Von Zusehern, die das mitverfolgt haben, dass dein Kanal dann weg war. Ich möchte das erwähnen und ich hoffe, diese Leute fühlen sich nun ein bisschen angesprochen. Also ich habe meine, schon vor meiner Kanallöschung habe ich eben die Konten entfernt und gesagt, dass ich nur noch, und eben gesagt, dass ich aufhöre als Dolls of Vienna. Die Leute wussten noch eben, und da habe ich eben noch nicht genau beschrieben, wie das gemeint ist. Ich bin eben jemand, der jetzt nicht mehr so weitermachen kann, wie er es früher gemacht hat. Aber ich werde weiter hobbymäßig Videos machen. Ich kann es sowieso nicht sein lassen. Ich habe bestimmt vorher noch aktiv mitzuarbeiten, aber es ist einfach an der Zeit, dass man das Ganze jetzt überdenkt, wie man es betreibt. Und ich denke, das Ganze muss weiter existieren. Ich werde da weiter auch meinen Anteil leisten. Jetzt setzt er eh schon die alten Videos hoch, auch natürlich in der Videobeschreibung einen Link zu deinem neuen YouTube-Kanal. Da können dich natürlich die Leute auch abonnieren. Entschuldigung, jetzt ist mir gerade eingefallen. Wie bitte? Jetzt ist mir gerade eingefallen, wo ich vorher den Faden verloren habe. Ich wollte wirklich den Leuten noch einen Dank aussprechen, weil es ist nämlich wirklich so, dass ich eben gesagt habe, ich möchte keine Spenden mehr kassieren und mir als Privatperson jetzt noch zusätzlichen Job besorgen und werde dann wahrscheinlich hobbymäßig Videos weitermachen. Und da waren Leute, die sich meine Spenden konnten, die heute nirgends mehr zu finden sind, abgespeichert haben und mir dann auch teilweise jetzt nur Spenden gegeben haben, die mich wirklich vom Sessel geworfen haben, die mir ermöglicht haben, mal einen Privatarzt aufzusuchen, mir das beste CPT-Öl und hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Und ich bin niemand, der uns alle in Verruf bringt oder an unserer Glaubwürdigkeit arbeitet, indem er mit dem Klingelbeutel irgendwie auf YouTube herumhampelt, um Spenden zu sammeln. Aber ich bin diesen Leuten unendlich dankbar und ich wollte das jetzt mal zum Ausdruck bringen. Und ja, klar, das wollte ich jetzt hier noch reinwerfen. Nee, nee, super. Das war ja auch die Frage. Weißt du, das bekommt man natürlich als Außensteher da ja eh nicht mit. Ich kann deine Videos sehen, ich kann sehen, wenn Leute irgendeinen Bullshit schreiben, ich kann die Hater-Kommentare sehen, ich kann die guten Kommentare sehen. Aber ich weiß ja selber, es gibt ja auch welche, die dann direkt Nachrichten schreiben. Und ich glaube, das ist schon auch immer wichtig, weil da doch auch Leute halt auch verdammt ernst meinen und dir für deine Arbeit auf jeden Fall auch dankbar sind. Ich kann den Leuten vielleicht auch sagen, wenn ihr jemanden spendet, spendet nicht in der Erwartung, dass er irgendwas für euch macht. Das ist total link. Spendet jemanden einfach aus Dankbarkeit für das, was er bisher gemacht hat. Dann haben nämlich die Leute auch überhaupt nicht den Druck, jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Es gibt genug Leute, die sich eh den Arsch aufreißen. Und wenn man gerne Geld ausgibt, dann sollte man das doch jemandem geben, der schon was dafür getan hat und nicht für etwas, was erst in der Zukunft liegt. Da seid ihr nämlich auch als Spender auf der sicheren Seite. Ja, da bin ich voll bei dir, aber ich denke mal irgendwie auch, dass die Jungs, die jetzt Gas geben wollen und gesundheitlich noch in der Lage sind, halt die Kohle viel eher benötigen wie jemand wie ich, der wirklich schon ein gutes Videoprogramm und gute Ausrüstung hat und sich gar nicht sicher ist, wie viel und ob er in Zukunft liefern kann. Und deswegen denke ich mir, die Jungs haben irgendwie die Kohle eher verdient wie ich und haben meine Spendenkonten zurückgenommen, weil es gibt ja einige Nassauer, die es uns da wirklich untergejubelt haben. Und ja, ich sage, diese Leute haben sich eh schon selbst demaskiert. Ja eben, muss auch jeder selber wissen. Ich sage dir, wenn man mir mal wieder spenden sollte, dann wirklich nur für Dinge, die ich auf jeden Fall nicht brauche, zum Beispiel für den Urlaub oder für ein neues Fahrrad, damit ich mir wieder in den Arm brechen kann. Ich will auf sowas gar nicht angewiesen sein. Aber das war auf jeden Fall auch nicht unser Thema. Oliver, das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, dein Kanal wird praktisch als Archiv neu aufgebaut. Das heißt, alles, was es bisher gab, wird auch weiterhin für die Welt im Internet verfügbar sein. Plus, dass du, je nachdem wie du dazukommst, unter deinem Privatnamen Oliver Zumann zukünftig wieder Inhalte machen wirst. Und zusammen mit anderen, vielleicht auch nochmal ganz kurz, ist es dann ein Blog, auf dem ihr als Journalisten dann Dinge veröffentlicht, des Trolls of Vienna, dass wir das auch noch mit einblenden? Nein, wir betreiben gemeinsam eine Facebook-Seite. Ah, okay, alles klar. Ich habe mir schon überlegt, auf andere soziale Medien auszudehnen, aber da hat das Ganze eben begonnen. Und da gibt es eben die Sandra, die ist eher so für Naturheilkunde und Ernährung, die hat dort viel Ahnung und beschäftigt sich weniger mit Politik. Dann der Horst ist eher ein nationaler, völkischer und der Christian ist ein, unser Christian Mischke, der ist auch ein Terror-Experte, der extrem viel über Symbole und Okkultismus weiß, der auch libertär ist. Und ich bin ja eher Minimalstaatler nach Bader und ich denke mal, unsere Stärke ist, dass wir mit fremden Meinungen umgehen können und das große Spektrum dessen sehen, was wir an gemeinsamen Interessen haben. Also bei uns gibt es genug Internas und Diskussionen, aber wir sind nie die Leute, die sich jetzt öffentlich zerfleischen, weil sie so unterschiedliche Ansichten haben, weil ich mir irgendwie denke, dass Nationale und Libertäre jetzt in dieselbe Richtung arbeiten können und arbeiten müssen und den Rest können wir uns später ausmachen. Ja, ich sage mal so, ich habe eh nie mit jemandem Probleme. Mir ist es immer auch wurscht, was die anderen machen, solange ich auch meine Überzeugung einfach meinen kann. Mehr will ich ja auch gar nicht. Ich denke mal, aber ich werde in der Regel auch nicht falsch verstanden. Ich habe wirklich jetzt einfach auch das Video gemacht, damit die Leute wissen, wie es bei dir weitergeht. Ja, dass wir da einfach auf dem neuesten Stand sind und auch ein bisschen mal einen Überblick haben, was eigentlich Tolls of Vienna ist. Und ja, würde sagen, wir beenden das einfach auch hier ganz kurz und knapp. Links, wie man hier weiterhin folgen kann. Ich möchte bitte noch... Nein, also so kann man das nicht beenden. Nein, nein, du darfst ja noch dein letztes Wort haben, ey. Ich möchte bitte noch an meine Fans richten, dass freiwillig frei, also auch Bionierarbeit geleistet hat. Jeder sollte Beiträge sehen, wie die gefährlichste Religion der Welt oder die Toonsplantage. Und es ist wirklich wahnsinnig toll, was ihr auch gestemmt habt. Und ich denke mal, dass die meisten Zuseher euch und mich nicht kennen werden. Für die, die es umgekehrt... Bei denen, die es umgekehrt ist, die sollten sich auch unbedingt freiwillig frei ansehen. Und ich bedanke mich vielmals für die Möglichkeit, mich heute mal ein bisschen auszuquatschen. Ja, gerne. Nicht dafür. War ja auch in meinem Interesse. Das heißt, wir werden weiter verfolgen, was bei dir so kommt. Und wenn es mal wieder ein spannendes Thema gibt, freue ich mich, wenn wir mal wieder ein Gespräch führen können, Oliver. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Gesundheit. Schau, dass du fit bleibst, weil sich selber krank zu machen und Videos zu machen, glaube ich, da hat niemand was davon. Deine Zuseher und du nicht. Und ja, folg dem Oliver aus seinem neuen Kanal. Hoffen wir, dass es wenig Zwischenfälle geben wird, über die du Videos machen musst. Aber ich gehe auch aus. Wir hatten gerade wieder New York heute. Ja, ich wollte schon sagen, aber das ist natürlich eh schon utopisch. Das heißt, viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten. Ja. Vielen Dank, Manuel. Schönen Abend noch. Es ist schon komisch, ich denk jeden Tag drüber nach. Es ist schon komisch.